Leute, heute reden wir nochmal über die neue Map in Apex Legends. Wir wissen mittlerweile, in Season 19 kommt sie nicht. Der Zyklus war so, dass in den letzten Jahren immer im November eine neue Map kam und erstmals wird dieser Zyklus unterbrochen. Warum? Weil es massive Probleme in Apex Legends gibt und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt nicht näher ins Detail. Wir wissen, dass wir in Season 19, sprich im November, ein massives Engine Update bekommen mit über 40 Punkten, die dort überarbeitet werden. Wer da mehr darüber wissen will, sollte einige Videos zurückschalten, wer es nicht gesehen hat. Um was geht es heute? Natürlich um die neue Map, denn es scheint festzustehen, wann sie kommen. Das wurde geleakt. Ich dachte ursprünglich, ich dachte mit T, herzlichen Glückwunsch Deutsch. Ich dachte ursprünglich, dass wir vielleicht wieder ein Jahr warten müssen, vielleicht auch die ganze Community, damit der Zyklus für den November beibehalten wird. Aber ich glaube, die massiven Probleme und das Engine Update kommt Apex Legends vielleicht zugute, denn die neue Map kommt zum fünften Geburtstag von Apex Legends, Anfang Februar mit Season 20. Und eigentlich ist die Verschiebung um eine Season doch eigentlich ein richtig geiles Fest, um eine neue Map zu feiern, um den Geburtstag von Apex Legends zu feiern. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir, wenn es dann soweit ist, im Februar 2024, dass dieser Zyklus beibehalten wird und jedes Mal zum Geburtstag von Apex Legends eine neue Map kommt. Finde ich zumindest ganz geil. District soll die neue Map heißen, soll in Richtung Titanfall Universum gehen und soll tatsächlich auch Wall-Run-Elemente haben, was ich auch speziell eigentlich ganz, ganz geil finde. Und gerade die ganzen Titanfall-Fans, die vor Apex Legends, bevor das Spiel released wurde, ausschließlich Titanfall mit untergespielt haben, werden auf jeden Fall auf diesen Hype-Trail aufspringen und sich wahrscheinlich mega auf 24 freuen, wenn dann in Season 20 die neue Map gefeiert wird. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Was mich tatsächlich allerdings wundert, dass wir tatsächlich bis heute kein geleaktes Gameplay haben. Das finde ich extrem verwunderlich. Vielleicht hat es was gebracht, dass EA hier und da, naja, auch wenn es nicht ganz so geil war, aber eine Menge Mitarbeiter rausgeschmissen hat, die Playtests gemacht haben. Und das waren über 300 Leute. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer von diesen Leuten derjenige war, der über die letzten Jahre so viel Gameplay von den neuen Legenden, neuen Waffen und so weiter geleakt hat, der war vielleicht da irgendwo dabei unter diesen 300 Mitarbeitern. Und tatsächlich gibt es keinen Leck in Sachen neue Map, ausschließlich wie die Map heißt, wann sie kommt. Aber wie sie aussieht, wissen wir alle nicht. Aber sehr Titanfall-lastig soll es werden. Ich bin auf jeden Fall extremst gespannt und freue mich jetzt quasi wie so ein Schnitzel schon auf 2024 auf die neue Map. Und bin hoffentlich auch gespannt in Season 19, dass das Engine-Update tatsächlich auch richtig reinhaut, dass es sich lohnt, eine Season länger auf eine neue Map zu warten. Was mich aber von euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Meint ihr, es wird langsam zu viel? Wir haben fünf Maps, dann kommt die sechste. Wie soll das mit der Map-Rotation weitergehen? Wir haben jetzt schon ganz oft bestimmte Maps gehabt, die mal ein halbes Jahr draußen waren. Und jetzt hatten wir Kings Canyon mal für drei Monate oder für... War es drei Monate oder war es sogar weniger? Dann ist Kings Canyon wieder rausgeflogen. Und keine Ahnung, die Map-Rotation aktuell in Season 17 ist absolute Katastrophe. Außer World's Edge, Broken Moon und Stormpoint müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Das sind nicht die beliebtesten Maps, weil sie einfach viel zu groß sind, auch wenn sie optisch extrem gelungen sind. Keine Frage. Aber ich mache mir Sorgen, dass irgendwann mal eine Map-Rotation kommt, wo drei Maps drin sind. Wo du dir sagst, okay, Splits gibt es nicht. Okay, mit einem Mid-Season-Update gab es ja eine neue Map-Rotation. Das haben wir ja mitbekommen. Aber keine Ahnung, wenn jetzt eine Season ist, wo wir drei Maps haben, die einfach nur Grotte sind, dann läuft Apex oder Respawn EA Gefahr. Das ist eine extreme Flaute, mal in einem theoretischen Split zumindest bis zum Mid-Season-Update. Also so eine krasse Flaute ist, dass einfach kein Schwein Bock hat, Apex zu zocken. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und rein, ciao.